was für den koffer junge da war doch was soll der fliehen ja das nächste wenn er den koffer aufmacht was da alter was in dem koffer war junge die mama trotzdem die machen auf jeden fall ich war dafür war bist du hier die büster nass das man die nächste dann oder frösche dann aber die nächste machen wir mal von mir war die ganze zeit hinterher sind so so viele prozent ich habe ich habe noch was von hinten eigentlich was gar nicht gekommen ist also hier steht da noch so viel tratsch halt wirklich 30 mobs so von zehn pecks ja nachdem ich gerade geschossen habe jetzt noch dann weiter aber davor vor der rotation gerade ich stehe noch ultra viel rum ja voll hier unten was uns erst mal was töten dave und dann peilen aufdecken oder oder hast du schon also da noch muss was offene weg sind alle da kann ich noch nicht so oder ein doch jetzt sind alle darauf schiefe einfach zwei zeit ohne okel das waren die kacke man sehr effizient für uns glaube ich das ist vielleicht tot ist er entschieden den nächsten von mit würden die eine noch machen wenn du jetzt mal nicht oder er ist ganz oben in der ecke der ist doch aufgedeckt also frosch auch mitkommt das ja eingebunden gehabt das kann nicht aufgedeckt gewesen bin bis oben in die ecke gegangen vielleicht nicht aber ich meine ich bin hier hingegangen wie soll denn der pein nicht ich bin ich bin hier komplett um die ecke rum also ich habe ja ich habe auch ein bildschirm vorgesehen bevor er aufgedeckt war normal ist auch bildschirm vorher bevor er aufgedeckt du siehst ja auf dem bildschirm weiter ist die karte dave ja wollte ich erwarte klar und deutlich zu sehen und was dann natürlich auch die mängler sind auch da ja ich hau an wir haben eigentlich ja wir haben auch schon wir können ja auch noch ein bisschen durchgehen fokussieren diesmal mal vielleicht mit power vom boss oder so womit nicht als erstes den power haben dann den conduit so wie sonst immer steht jetzt vom ausgang das wäre der klassiker normal ich müsste ich alles auch hier ist das andere blut geht ja ich habe noch wir haben noch 30 dann ja noch mal dass die die einen auch mittelfeld könnten weil ich war da auch meine folge ich auch von mir die wir haben ja du weißt nicht bei den füchern immer der viele pläser abhauen nicht so viel zum glück okay warte mal warte mal warte mal das muss nicht schlecht sein ja aber der raum wo der porsche ist absolut glücklich leider wir können die vier bieße machen das und power ist wahrscheinlich für den arsch dave gehen sie dann darf es auch an stehen lassen stehen lassen und sie auch nicht wir müssen hier die blauen mit töten das ist eine große passion wir hätten das hier hätten wie sie hier die 20 prozent machen können glaube ich mit hulks luka auf der karte aber wir haben ja mit hulks was wissen die für hulk puls haben das sind aus manchmal sind die hulks doch auch schon voll gewesen ja aber nicht auf einer bastion oder die sache ist halt in der länge dass man eben zum rufen einfach weil jetzt kommt so durchgehend durch porten halt und hier ist ende und haben die wüste danach mit aliens und hier mal die ganze trache maria die normalen gekriebe Dave Ola Aber direkt nächste, oder? Oh Gott, ich hab ne Wall direkt Naja, scheiße Der kestelt sich da komplett ein Oh, ich hab die ganzen Aber Aber wenn du ne Wall hast Lars, und du hast den Doppel-Dash drinnen Ja, aber die Wall war ja direkt vor ihm Hätte ich direkt vor ihm hüpfen müssen Und der war ganz schön zugeschachtelt da Und oft genug hab ich auch trotzdem ja nicht Nen DASH oder die Weil ich den Zweiter benutze Weil egal, der zu mir hingem- Ja Der hat hingemovt und ich hab direkt geschossen Also hier vom Moven allein nicht Nicht mal ready Dann haben wir einen Joker Hoffentlich konnte er sich nicht mal auf mich beim Raushüpfen Oh, na, geh ich mal kurz Dave geht, Dave geht Dave geht Boah, ist Okay, mit dem die Wall-E-Kacken würde ich Kennt, wo noch mal hatte, aber Hab ich noch keinen Schein gemacht Das ist die erste Wieder ausgeregt Die erste Rotation Na ja Könnte Potenziell Voll, nee, nee Ja, aber nein Nee, nee, kann nicht Ich hab verkackt Er war noch kurz gestunt noch Er war entcheinend außerhalb vom Stomper, weil er sich bewegt hat Ist das an der Wand? Na gut, da kriegt er Schaden Das ist nur für den Crusader so Und von mir ist Klipper auch Hast du die Pads so hingestellt, dass ich durchschießen kann? Ja, nice Okay, nächstes Mal hast du dann einen Oculus wahrscheinlich Ja Da hört keine Bohnen auf Hallo? Oh, ey Geht, Lennart Hast du noch einen Platz 2 nachher auf dem Gruppe? Ja Nix Alles gut Nein Das ist ein neuer Rekord Das ist ein neuer Rekord Gell, ne?